Mein Name ist Hilde Mattheis, ich gehöre dem Vorstand des ISM an und das ISM versteht sich als Denkfabrik und als Plattform für eine neue linke Politik, für neue linke Politikkonzepte und wir versuchen Brückenbauer zu sein, Brückenbauerinnen zu sein zwischen Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und sozialen Bewegungen. Das gelingt uns auch sehr gut und in diesem Zusammenhang haben wir eine Reihe konzipiert, die natürlich mit der derzeitigen Situation zu tun hat, nämlich mit der Situation der Corona-Pandemie und wir suchen uns unterschiedliche Themen raus und haben eine Veranstaltungsreihe konzipiert. Und heute geht es um Gesundheitspolitik und deswegen darf ich moderieren. Ich bin Hilde Mattheis, ich bin SPD-Gesundheitspolitikerin und sehr intensiv mit diesem Thema befasst und freue mich sehr auf diesen Austausch heute. Und die Vanessa Höse vom ISM und sie wird so ein bisschen die Technik mit mir zusammenleiten und mich da unterstützen und ich darf einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und wir hoffen natürlich, dass das im Interesse von allen, die sich hier heute eingeschaltet haben, ist. Wir wollen heute mit Sachverständigen diskutieren, was denn so eine Corona-Strategie für die nächsten Wochen und Monate ist. Und diese Corona-Strategie wird ja jetzt gerade momentan parallel im Kanzleramt heftig diskutiert. Die Ticker-Meldungen sagen ja rauf und runter, dass es eine schwere Einigung sein wird heute zwischen den Ministerpräsidentinnen und der Bundeskanzlerin. Denn klar ist, wenn jetzt am 14. Februar die derzeitigen Maßnahmen auslaufen, bedeutet das nicht das Ende der Pandemie, sondern wir werden uns in den nächsten Wochen noch mit auseinandersetzen. Ob jetzt Shutdown diskutiert wird oder Schul- und Kita-Öffnungen diskutiert werden oder eine Impfstrategie diskutiert wird, wir meinen, diese Ansätze sind einfach keine, die eine Perspektive aufzeigen, sondern wir wollen heute mit einem Public-Health-Ansatz aufraten, der ein Stück weit auch so ein Ausstiegsszenario darstellt. Wie können wir es schaffen, die Inzidenzzahlen runterzusetzen, Menschen zu schützen, vor allen Dingen die Ältesten und die Verletzlichsten in unserer Gesellschaft, auch wieder Gaststätten öffnen zu lassen, den Einzelhandel, denn überall da gibt es ja echte existenzbedrohende Situationen. Und wir glauben, dass es auch einen Weg geben muss aus dieser Situation, der ein Stück weit einen anderen Ansatz hat als diesen sehr restriktiven, den wir in den letzten Wochen und derzeit noch erleben. Das wollen wir gerne diskutieren mit unseren Gästen. Und ich fange daher an mit Gästen, die einem Netzwerk angehören, das sich Rabbit-Test-Netzwerk nennt und wo ehrenamtlich tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zusammengetan haben, um seit Sommer eine Alternativstrategie aus der Corona-Krise zu diskutieren und zu debattieren und aufzuzeigen. Mittlerweile gibt es ja viele Zusammenschlüsse, ob das jetzt Zero-Covid oder No-Covid oder AG-Corona-Strategie ist. Alle warten mit Konzepten auf, die alle zu diskutieren sind, das will ich gar nicht abstreiten, die aber mit Sicherheit nicht unbedingt diesen Public-Health-Ansatz, der sehr viel auch gesellschaftspolitische Ansätze beinhaltet, transportieren, sondern eher was damit zu tun hat, wie kriegen wir die Inzidenzzahlen mit rigorosen Maßnahmen ganz schnell nach unten. Ich habe schon gesagt, mit wem wir jetzt heute diskutieren, nämlich mit Vertretern des Netzwerkes. Darunter zählen Frau Dr. Kathleen Pfefferkorn. Sie ist promovierte Virologin und in der Zusatzausbildung ist sie im Bereich Healthcare-Management tätig. Und mit dem Herrn Dr. Marc Botha. Er ist Internist und Intensivmediziner und hat sich dem Netzwerk angeschlossen. Und wenn er jetzt da ist, würden wir auch gerne mit Herrn Dr. Krause vom Helmholtz-Institut diskutieren, der nämlich mit vielen Erfahrungen auch aus anderen Pandemien diesen Ansatz und vor allen Dingen die Unterstützung der Gesundheitsämter begleitet. Denn die Gesundheitsämter haben ja in diesem Public Health Ansatz einen ziemlich zentralen Ausgangspunkt und sind an dieser Schnittstelle sehr nah an der Bevölkerung, sehr ortsgebunden. Eigentlich die Institution, die jetzt zu dieser Pandemiezeit viele Dinge organisieren könnten, gute Ansprechpartner wären für die Bevölkerung. Das ist leider nicht immer so. Und bundesweit haben wir, was den ÖGD, also den Öffentlichen Gesundheitsdienst anbelangt, ein ziemliches Flickenteppich. Und da muss auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden. Alles das geht zugegebenermaßen ein bisschen zu langsam, auch mir. Und wir sind aber sicher, wir brauchen jetzt für die Bevölkerung eine Perspektive jenseits von Shutdown und restriktiven Einschnitten, auch in Bürgerinnenrechte. Das ist unser Thema heute. Und dazu begrüße ich sehr herzlich viele, die jetzt mitdiskutieren wollen. Und man kann mit uns und mit unseren Referenten diskutieren, indem man sich einfach in den Chat eine Wortmeldung abgibt. Man kann im Text eine Frage reinschreiben. Die Vanessa und ich werden das gerne bündeln und dann vortragen. Man kann aber auch eine Wortmeldung abgeben und sich dann persönlich melden. Alles das ist möglich. Und ich freue mich sehr auf die Debatte. Also herzlich willkommen in der Runde. Und ich würde sagen, wir starten. Wir haben vereinbart, dass wir so einen 15-minütigen Vortrag von Frau Pfefferkorn und Herrn Botha bekommen und dann den Herrn Krause zu Wort kommen lassen. Also ich freue mich sehr. Es wird ein spannender Abend. Und ich hoffe sehr, dass wir am Ende des Abends eine Vorstellung davon haben, wie es denn anders gehen könnte. Das wäre mir auf jeden Fall ein Anliegen. Und noch zwei Sätze zum ISM. Das ISM ist ein eingetragener Verein. Man kann Mitglied werden. Ich werbe dafür. Es ist eine tolle Möglichkeit, linke Projekte zu forcieren, sich auszutauschen über Parteigrenzen hinweg und mit diesen Impulsen auch dann wieder zurückzugehen und für diese Dinge und die Inhalte zu werben. Das wollte ich erst noch mal loswerden, bevor wir jetzt starten in die einzelnen Impulsvorträge. Ich weiß nicht, Frau Pfefferkorn, Herr Botha, warum Sie jetzt die Wortmeldung abgeben möchten. Das haben Sie sicher vereinbart. Ich gebe Ihnen das Wort. Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einladung zum einen und die einführenden Worte. Wir haben ein paar kleine Slides vorbereitet, um das einfach ein bisschen zu veranschaulichen. Und der Marc kann die am besten mal freigeben, wenn das okay ist. Genau. Von meiner Seite auch noch mal. Vielen Dank für die Einladung. Und ich versuche jetzt mal, mein Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, dass Sie das alles sehen können. Ja, klappt das? Ja, ich sehe auf jeden Fall das. Okay, also vielleicht noch mal zu uns. Wir sind Rapid Test. Wir sind, wie schon gesagt, ein loser Zusammenschluss von Personen, die sich seit dem Sommer überlegen, was wir alternativ zu den bisherigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung leisten können. Und wir haben es alle zusammengefunden, nachdem wir eine Modellierungsstudie von einem oder von mehreren Professoren aus den USA gelesen haben, die uns gezeigt hat oder die vorher gesagt hat, modelliert hat, dass mit einer regelmäßigen Testung die Pandemie innerhalb kurzer Zeit zum Stillstand kommen könnte. Und der entscheidende Punkt dabei war halt wirklich regelmäßig, weitestgehend symptomunabhängig. und das Ganze nicht medizinisch gedacht, also nicht, um eine Diagnose zu sichern, sondern wirklich als ein Public-Help-Ansatz. Und ich kann für mich nur sprechen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt da jetzt auch kein Experte oder so etwas auf dem Gebiet war, sondern auch einfach sehr von dem Konzept überzeugt war. Und dann haben wir uns so über den Sommer, haben wir zueinander gefunden, meist über das Internet. Und seitdem sind wir ja sehr regelmäßig und auch wirklich mit mittlerweile sehr viel Zeiteinsatz dabei, dieses Konzept auch in die Bevölkerung und auch ein Stück weit in die Politik zu tragen. Und ja, und Kathrin, vielleicht magst du übernehmen? Genau, ich klicke es auch am besten einmal weiter. Genau, und jetzt einmal ganz kurz, wie könnte das funktionieren? Und wie haben sich das natürlich, also der Wissenschaftler, von dem die Rede war, der in den USA sich damit intensiv beschäftigt, das ist der Herr Dr. Michael Minner, falls Sie das mal nachschauen möchten. Das ist wirklich ein Epidemiologe, der sehr viel Erfahrung natürlich in diesem Bereich Public Health auch hat. Und genau, also das ist, hat Hand und Fuß sozusagen. Und das große Grundproblem dieser Pandemie und an diesem Virus ist ja, dass die meisten Menschen zu dem Zeitpunkt, wo sie dieses Virus verbreiten und weitergeben, überhaupt nicht wissen, dass sie überhaupt ansteckend sind. Man weiß mittlerweile, dass mehr als 50 Prozent der Übertragungen tatsächlich in der Phase stattfinden, wo man noch gar keine Symptome zeigt oder manche Menschen vielleicht auch nie Symptome entwickeln. Also man ahnt sozusagen überhaupt nichts davon, dass man das Virus in sich trägt. Deswegen sind wir ja auch alle an die AHA-Regeln mittlerweile, sind die unser Alltag, um eben zu verhindern, dass wir unbewusst dieses Virus an jemand anders übertragen. Nun muss man aber natürlich sagen, die AHA-Regeln sind ja auch gewisserweise limitiert, weil alle menschlichen Kontakte können wir natürlich in unserem Alltag auch nicht einschränken. Wir können sie größtmöglich sicher machen und dafür haben wir sehr viele Tools. Aber ein wichtiges Tool, was wir denken, was dem eben noch fehlt, ist eine regelmäßige Testung in Form von Schnelltests. Und man sieht hier so schön, wieso wir eigentlich viele Menschen nichts von ihrer Infektion wissen. Also wir haben ein paar Menschen, die sind sowieso präsymptomatisch, die haben überhaupt gar keine Ahnung, dass sie das Virus in sich tragen, sind also noch vor der Zeit, wo sie die ersten Symptome verspüren. Dann gibt es Leute, die sind asymptomatisch, die verspüren nie Bewusstsymptome. Dann gibt es welche, die werden nie getestet, weil sie auch nie ein Testangebot bekommen. Oder es gibt Leute, die haben zwar einen Verdacht, warten aber noch auf ein Testergebnis. Diese Menschen isolieren sich beispielsweise eventuell auch gar nicht so strikt, wie sie es vielleicht sollten, besonders wenn man die Familie an, wenn es auf die Familie bezogen ist. Und dann haben wir noch natürlich ein paar Leute, die schon wissen, dass sie beispielsweise Kontakt haben. Die befinden sich schon in Quarantäne, aber man sieht hier am Bild wirklich verdeutlicht, wir erwischen momentan vor allen Dingen natürlich, wenn die Gesundheitsämter eben an ihren Kapazitätsgrenzen sind, erwischen wir einfach sehr wenig Leute in der Phase, wo sie ansteckend sind, rechtzeitig. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich die PCR in der aktuellen Teststrategie sehr, sehr sparsam, sage ich mal, eingesetzt wird. Das heißt, man muss schon entweder eine Kontaktperson sein und auch Symptome zeigen, um einen PCR-Test zu bekommen, oder man muss wirklich sehr eindeutige Symptome haben. Das hat Kapazitätsgründe. Und meist ist das einfach schon relativ spät, weil man muss sich vorstellen, ich verspüre vielleicht das erste Halskratzen, dann überlege ich noch, schlafe noch mal eine Nacht drüber, dann wird es vielleicht schlimmer, dann überlege ich mir, ob ich zum Arzt gehe, mich testen lasse. Da sind schon sehr viele Tage ins Land gegangen, dann warte ich noch einen Tag auf das PCR-Ergebnis. Schon sind vier Tage eventuell rum, wenn es gut läuft. Und von denen bin ich im Prinzip schon vier Tage wirklich hochinfektiös, weil vor den Symptomen bin ich mindestens schon ein bis zwei Tage, nämlich hoch ansteckend. Genau. Und dann übergebe ich direkt an den Mark, weil so sieht das nämlich in der Viruskinetik ein bisschen aus. Genau. Also das ist jetzt auch eine Abbildung aus dem New England Journal of Medicine. Und was wir also feststellen, ist, dass die Viruslast am höchsten ist, wenn Symptome eintreten. Ab dem Zeitpunkt nehmen die ab. Und das Problem ist halt an einer symptomorientierten Testung, dass wir nahezu alle Personen, die links von dem violetten Strich sich befinden, gar nicht testen und damit auch gar nicht erfassen werden. Und wenn man sich jetzt so anguckt, wo Diagnostik denn wirklich stattfindet, dann müssen die Symptome auch ein paar Tage ja anhalten. Und das Problem ist jetzt, dass wenn wir jetzt, hier sieht man oben, negativer und positiver Test, dass wir zwar ein, wenn wir regelmäßig testen, ja, so dass die oberen Reihe, dass wir dann ganz viele negative Tests haben, also zu einer präinfektiösen Phase, aber relativ zuverlässig auch Personen positiv testen, die auch, die noch gar keine Symptome entwickelt haben. Entscheidend ist dabei wirklich die Häufigkeit. Entscheidend ist nicht die Sensitivität. Und das ist ja, diese Diskussion dreht sich häufig so, ist der Schnelltest denn gut genug, ist er sensitiv genug? Wir sehen hier an dieser Zeichnung, dass die Sensitivität in einem Public-Health-Ansatz völlig untergeordnet ist. Denn wir sehen hier die beiden Linien. Die Sensitivität ist zwar bei der oberen Linie deutlich schlechter, trotzdem erwischen wir diese Infektion eher nur durch die Regelmäßigkeit. Und jetzt würde ich als nächstes so die Grafik zeigen, wie das Ganze so aussieht, wie so die Viruslast aussieht. Und jetzt muss ich es sich so vorstellen, dass die pinke Linie ungefähr die ist, die ein Schnelltest erfassen könnte. Und man sieht, dass aber halt auch unterhalb dieser pinken Linie Virus nachweisbar ist und auch unter Umständen auch kultivierbar ist und damit auch diese Person ansteckend sein könnte. Jetzt muss man mal bedenken, dass das Ganze ja eine logarithmische Darstellung ist. Und wenn wir uns das Ganze linear angucken, dann hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Ja, man sieht das ganz gut. So sieht das Ganze aus, wenn wir uns die Viruslast mal wirklich näher angucken. Ja, also wir haben eine viel, viel höhere Viruslast als das, was diese Grafik anzeigt. Und man sieht, dass diese Linien, diese gelben und diese lilanen Linien so miteinander verschwimmen. Und natürlich kann es trotzdem sein, dass wir an Tag 8, 9 oder 10 noch eine mögliche Infektion auslösen können mit so einer besonders niedrigen Viruslast. Aber entscheidend ist, ist dieser Peak hier oben, diese Spitze. An dieser Stelle sind die infizierten Personen die größte Gefahr für ihr Umfeld. Und an dieser Stelle werden sie aber normalerweise nicht getestet, weil sie da gerade erst Symptome entwickeln. Und der Test würde praktisch hier erst stattfinden. Und wenn ab 4 die Isolation erfolgt, dann verpassen wir eine große Chance, Infektionsketten zu durchbrechen. Ich würde, ich glaube, genau das war es. Also das Ganze dreht sich im Prinzip darum, wir brauchen eine Möglichkeit, wie können wir die Leute ganz häufig testen, also niederschwellig, auch wenn sie gar nichts davon ahnen, dass sie eine Infektion schon in sich tragen. Weil der entscheidende Zeitpunkt, wo ich am meisten ansteckend bin, ist eben die Zeit, bevor ich es überhaupt ahne, also bevor ich jemals irgendwelche Symptome erwische. Genau, und es hat sich so ein bisschen schon was da getan seit Sommer. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Schnelltests auf dem Markt. Es gibt auch mittlerweile Schnelltests, die überhaupt nicht mehr erfordern, dass man so einen tiefen Nasen-Rachen-Abstrich macht. Das ist ja immer die Bedenken, die Leute, dass sie sozusagen bis ins Gehirn sich so ein Stäbchen stecken müssen. Das ist nicht mehr der Fall. Es reicht wirklich so eine Art Nasepopeln. Es gibt mittlerweile auch Studien, dass das wirklich auch Laien, die das noch niemals gemacht haben, exakt so zuverlässig oder nahezu so zuverlässig durchführen können, wie medizinisches Personal mit so einem ganz tiefen Abstrich. Die Tests sind wahnsinnig billig geworden. Man kann die theoretisch für unter einen Euro produzieren. Abgabepreise schwanken momentan zwischen, sagen wir mal, drei und acht Euro, je nach Hersteller. Genau, und natürlich ist dieses, es gibt auch Berechnungen, dass dieses Testen und Hochskalieren der Tests eine deutlich günstige, kostenkünstiger Variante wäre als unser Dauer-Lockdown. Und seit kurzem ist auch die sogenannte Medizinprodukte-Abgabe-Verordnung darauf geändert worden, dass theoretisch die Abgabe von Schnelltestanleihen erlaubt ist. Praktisch ist sie das aber noch nicht, weil man benötigt nämlich zusätzlich zu den Zertifizierungen, die diese Tests jetzt aktuell schon haben, eine weitere Überprüfung durch beispielsweise den TÜV oder andere sogenannte benannte Stellen, auf die wir jetzt nämlich noch warten, damit dort nochmal überprüft werden kann, dass diese Tests wirklich, sage ich mal, idiotensicher, sage ich jetzt mal, ganz laienhaft funktionieren. Genau, das sind alles Tests, die es aktuell schon theoretisch zu kaufen gibt, nur eben nicht für Laien. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Und mein Lieblingsspruch dieser Pandemie ist eigentlich, der wurde am Anfang immer gesagt, wir können die Pandemie nicht wegtesten. Und das ist definitiv falsch, weil es zeigen überall Studien, je mehr getestet wird, desto besser kommt ein Land durch diese Pandemie. Asien macht uns das schon lange vor. Da werden, habe ich heute gelesen, mittlerweile sogar Katzen getestet. Genau, wir sollten endlich auch durchstarten, dass so breit wie möglich und so niederschwellig wie möglich getestet wird mit Schnelltests für jedermann und auch idealerweise auch kostenlos, weil sonst funktioniert Public Heart nämlich nicht für jeden. Ja, herzlichen Dank, Frau Pfefferkorn, Herr Botha. Und ich begrüße jetzt Herrn Prof. Dr. Krause. Wir haben uns heute, Herr Krause, ich habe Sie schon vorgestellt, Sie sind Leiter des Helmholtz-Instituts in Braunschweig und Epidemiologe und ich habe Sie vorgestellt als jemand, der sich mit Pandemien auskennt, weil Sie Ebola erforscht und begleitet haben dafür, dass Kontakt von Nachverfolgungsprogrammen SORMAS erarbeitet haben und angewendet haben. Und ein weiterer Baustein in einem Public Health Ansatz ist, nehmen ja die Gesundheitsämter ein. Und deshalb haben wir Sie eingeladen und das hängt jetzt nicht unmittelbar zusammen, aber wir werden im Laufe der Debatte sehen, dass wir das eine brauchen und das andere, weil die Gesundheitsämter einfach an der Schnittstelle stehen zwischen der Bevölkerung und auch allen anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Und Herr Prof. Krause, ich begrüße Sie also nochmal ganz herzlich und darf Sie um Ihren Impuls bitten. Ja, vielen, vielen Dank. dass ich hier dabei sein kann. Ich muss ganz kurz korrigieren, ich bin nicht Leiter des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, ich bin nur der stellvertretende Leiter, sondern ich leite die Abteilung Epidemiologie im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Dann korrigiere ich mich jetzt sofort. Ich will mich nicht mit fremden Spädern schmücken. Und mein Hintergrund ist, ich bin Arzt, ich bin Infektionsepidemiologe, Facharzt für Hygien- und Umweltmedizin und Tropenmedizin und Reisemedizin und habe tatsächlich den Großteil meiner Karriere in der Inneren, aber eigentlich wesentlich mehr in der Infektionsmedizin und der Epidemiologie gemacht und war viele, viele Jahre auch Abteilungsleiter am Robert-Koch-Institut und habe in dieser Zeit, als ich aus dem USA zurückkam und dann auch am Robert-Koch-Institut, eben verschiedenste Epidemien untersucht, zu bekämpfen versucht, Impfkampagnen auch organisiert, auch bei der Erregulation von Polio war ich ganz persönlich sozusagen involviert und bin drei Monate durch Niger gereist und habe noch die restlichen verbliebenen Polio-Fälle gesucht. Und das ist so ungefähr der Erfahrungskontext, aus dem ich jetzt spreche, damit Sie das einordnen können. Und das ist genau richtig, dass eben die Gesundheitsämter eine wichtige Rolle spielen und eigentlich auch eine wichtige Rolle, wichtigere Rolle spielen sollten, aber gleichwohl die Aufgabe nicht ganz allein machen können, gerade wenn sie so überwältigend ubiquitär ist, wie jetzt so eine Pandemie. Leider ist es bei all den Public Health oder epidemischen Krisen, die wir in der Vergangenheit in Deutschland hatten, also ich erinnere, 2003 SARS-1, 2009 die Influenza-Pandemie, sogenannte Schweinegrippe, dann 2011 die Ehek-Epidemie. Nach jeder dieser Veranstaltungen, Veranstaltungen, Quatsch, nach jeder dieser Ereignisse haben wir uns hingesetzt und haben analysiert, was müssten wir besser machen, wie müssten wir uns besser aufstellen, damit wir in Zukunft einem solchen Ereignis besser begegnen können. Und jedes Mal, ich war selbst erst oder mit Co-Autor dieser Analysen, es waren intensive Workshops, die im Nachgang gemacht wurden, jedes Mal kam als eine der wesentlichen Erkenntnisse, die Kommunikation muss modernisiert und digitalisiert werden, sie muss verkürzt und beschleunigt werden und die Meldewege dürfen nicht allein hierarchisch sein, als administrativer Akt einer Berichtspflicht, sondern sie müssen der Aktion dienen. Und jedes Mal ist aus diesen Versprechen oder aus diesen Analysen letztendlich nichts Konkretes geworden. Das ist sehr, sehr traurig. Es sind dann immer mal so ein paar Berichtsfristen so verkürzt worden, von einer Woche auf fünf Tage und von fünf Tagen auf zwei Tage, aber strukturell, konzeptionell hat sich eigentlich nichts geändert, außer 2011, im Nachgang von 2011, dass dann tatsächlich auch der Gesetzgeber und auch die Bundesregierung die Initiative ins Leben gerufen hat, DEMIS ins Leben zu rufen. DEMIS hat das Ziel, die Meldungen von den Laboren und von den Ärzten und von den Krankenhäusern an die Gesundheitsämter eben medienbruchfrei zu ermöglichen, weil all diese Institutionen haben ja bereits Krankendaten, Patientendaten, Labordaten digital vorliegen. Und warum sollen die das wieder ausdrucken und nochmal per Fax irgendwo hinschicken, damit es dann wieder eingetippt wird? Das war die Idee und ist die Idee von DEMIS, die auch grundsätzlich notwendig war. Leider war es so, als die Pandemie begann, jetzt war DEMIS nicht startklar. Und das hat unterschiedlichste Gründe. Das mag ich überhaupt nicht dem RKI oder so zuschieben, sondern da liegt die Verantwortung wirklich an vielen Stellen und auch beim öffentlichen Gesundheitsdienst, muss man ganz klar sagen. Denn auch der öffentliche Gesundheitsdienst hat gegenüber dem DEMIS nicht besonders begeistert reagiert. Das ist ein bisschen ein Déjà-vu mit dem, was wir jetzt mit SORMAS sehen. Da gibt es auch so eine gewisse Zurückhaltung. Jedenfalls ist es dann doch jetzt gelungen, mit allergrößtem Druck, DEMIS jetzt während der Pandemie doch kurzfristig zumindest mal so weit startklar zu kriegen, dass die Labormeldungen für DEMIS, für Covid digital möglich sind an das Gesundheitsamt und zunehmend melden Labore auch und zunehmend sind Gesundheitsämter auch in der Lage, DEMIS-Daten digital zu empfangen. Die ursprüngliche Idee, dass eben auch Krankenhäuser und Arztpraxen und so weiter eingebunden sind, das muss dann später folgen. Was aber in diesem ganzen Konzept nicht integriert war und nicht angedacht oder konzeptiert ist, jedenfalls nicht absehbar, ist, dass ja diese Daten, diese Meldungen, damit ist es ja nicht getan, sondern mit dieser Information muss gearbeitet werden. Es geht ja um den Infektionsschutz. Es geht ja nicht allein darum, Berichte zu machen. Und das ist der Prozess und das ist wirklich ein Prozess und da haben wir auf den Ergebnissen oder Erfahrungen von der Ebola-Epidemie tatsächlich eben das SORMAS-System entwickelt. SORMAS ist ein Akronym, das steht für Surveillance, also Überwachung, Outbreak Response Management, also Ausbruchsbekämpfungsmanagement, and Analysis, also Analyse-System. Das ist ein digitales System, Open Source, also die Quellcodes sind alle frei verfügbar, es gibt keine Lizenzgebühren und das eben grundsätzlich anders aufgesetzt ist, weil es nämlich die Prozesse im Mittelpunkt hat und nicht den Informationsfluss, die Berichtspflicht. Das heißt, es geht hier ganz wirklich darum, dass die Algorithmen, die Arbeitsprozesse, was muss ich machen, wenn ein Fall positiv wird? Was muss ich machen, wenn die Kontaktperson sich weigert zu antworten? Was passiert, wenn die Kontaktperson in einen Nachbarlandkreis zieht? All diese Dinge sind dort als Prozess hinterlegt, entsprechend erleichtern sie auch fachfremden oder wenig intensiv geschulten Personal das Bearbeiten, das kommt ja jetzt ganz wesentlich zum Tragen und entsprechend unterstützen sie auch die Zusammenarbeit verschiedenster Akteure. In Deutschland ist SORMAS im Moment nur konzipiert für die Gesundheitsämter, nicht konzipiert, sondern nur angedacht, um innerhalb der Gesundheitsämter verwendet zu werden. In anderen Ländern sind die Labore, SORMAS Nutzer, die Flughafenärzte, die Krankenhäuser, die Landesepidemiologen, also alle die verschiedensten Rollen, die man sich vorstellen kann, sind eingebunden als eigenständige Rolle, jeweils ihrer Zuständigkeit entsprechend, die ihren Beitrag zu diesen vernetzten Arbeiten liefern sollen. Auch die Kontaktpersonen, Teams und so weiter. Jetzt ist es so, dass wir in Deutschland dieses System mit Unterstützung des Bundesgesundheitsministeriums haben wir im Sommer, im Juli den Auftrag bekommen, SORMAS so anzupassen an die deutsche Strukturen und insbesondere zu vernetzen mit den bestehenden Systemen, also DEMIS und den anderen Software-Systemen, die bereits jetzt schon Daten übermitteln an die Landesbehörde und von dort ans Robert-Koch-Institut. Das erfordert entsprechende Schnittstellen und bei Schnittstellen ist immer so, da müssen beide Seiten von einer Schnittstelle zuarbeiten, sonst funktioniert eine Schnittstelle nicht und wenn das dann mehrere Firmen oder Systeme sind, dann wird das dann sehr schnell unendlich komplex, weshalb diese Schnittstellenarbeit tatsächlich lange gebraucht hat. Wir haben jetzt das erste Gesundheitsamt diese Woche scharf geschaltet, dass also jetzt diese Schnittstellen zu DEMIS und zu SURFNET tatsächlich vollziehen kann. Das hat den Vorteil, dass die Gesundheitsämter, die jetzt SORMAS schon nutzen, das sind ja schon über 202, also über die Hälfte, dass die jetzt SORMAS nutzen können und das andere System auch nutzen können und dann nicht in beiden Systemen dieselbe Information zweimal eingeben müssen. Sie werden sagen, das ist banal, das hätte man doch gleich so machen können. Ja, aber das ist eben das Problem mit den Schnittstellen oder man hätte komplex wechseln müssen, man hätte das alte System abschalten, das neue anschalten wollen müssen. Das wiederum war nicht erwünscht und aus zum Teil auch nachvollziehbaren Gründen, weil ja SORMAS im Moment jetzt nur für Covid gedacht ist und die anderen Systeme ja noch die anderen Krankheiten machen. In anderen Ländern wird SORMAS tatsächlich für viele, viele Krankheiten verwendet und nicht nur für Covid. Jetzt sind wir in einer Phase, in der die Politik ja beschlossen hat, dass bis Ende Februar alle Gesundheitsämter wenigstens mal SORMAS installiert haben sollen, dass zumindest die Infrastruktur da ist. Zu der Infrastruktur muss ich noch was sagen. In anderen Ländern ist das einfacher umzusetzen. Da haben, selbst so ein großes Land wie Nigeria mit 200 Millionen Einwohnern und 775 Gesundheitsämtern, also dreimal so viel wie in Deutschland, haben alle eine Datenbank, auf die sie alle gleichzeitig zugreifen können mit verteilten Nutzerrechten. Ist auch ein föderaler Staat übrigens mit sehr, sehr autonomen Bundesstaaten und das vereinfacht das Ganze technisch und natürlich die Zusammenarbeit und den Austausch. In Deutschland ist das so schwer denkbar und es gibt da keine Rechtsgrundlage für, weshalb ich mir ein Konzept ausgedacht habe oder wir mit unserem Team. Ich habe immer nur die Ideen und meine Leute müssen es ausbaden. ein Konzept ausgedacht, in dem diese föderale Struktur erhalten bleibt, die Autonomie der Kommunen erhalten bleibt, auch technisch. Jedes Gesundheitsamt hat weiterhin seine eigene Datenbank, aber es gibt eine Austauschplattform, die dennoch dieses vernetzte Arbeiten ermöglicht. Und das ist die Zielsetzung. Es geht bei SORMAS und das ist wichtig, weil man jetzt vielfach so Kritik hört, ja, die und die Funktion ist doch in unserer Software auch schon drin und so weiter. Das stimmt. Aber was kein anderes System derzeit anbietet, ist dieses vernetzte Arbeiten zwischen den Gesundheitsämtern über Landkreisgrenzen hinweg, dass man Infektionsketten über Landkreis- und Bundeslandgrenzen hinweg darstellen und analysieren kann. Denn wir wissen ja alle, dass die Infektionsausbreitung eben nicht im Landkreis beschränkt ist. Die Kontaktperson, die ein Gesundheitsamt A identifiziert beim Befragen eines Falles, die wohnen in allen möglichen Landkreisen. Und dann muss diese erhobene Information muss an diese Kollegen von den anderen Landkreisen geschickt werden. Und das erfolgt im Moment per Telefon oder per Fax. Man kann sich vorstellen, wie viele Fehler dabei entstehen, wie viel Zeitverhältnis dabei entsteht und so weiter und so fort. Das ist also die Idee von SORMAS. Und die nächste Ausbaustufe, die nennen wir also SORMAS X, diese Idee mit dem Austausch, X steht für Exchange. Und die nächste Ausbaustufe, die wir dann angehen werden, sobald eine relevante Zahl von Gesundheitsämtern das auch etabliert haben, ist SORMAS Extralayer, das dann genau das ermöglichen soll, dass aufgrund einer extrahierten, anonymisierten Datenbank, um den deutschen rechtlichen Grundlagen zu entsprechen, eine anonymisierte Datenbank, alle Daten für alle Landkreise sichtbar sind. Nicht alle Daten, sondern die nicht identifizierbaren. Also die epilogisch Relevanten. Und dass dann alle befugten Behörden gleichzeitig auf diese Datenbahn schauen können, dass sie den gleichzeitigen Datenstand haben, dass wir auch dieses Problem mit dem Übermittlungsverzogen dann überwinden können, wo ein Landkreis mittags eine Berichtszahl von 20 angibt oder 200 und das Bundesland dann in zwei Stunden später irgendwie noch die 118 hat oder die 160 und das RKI dann nochmal eine andere Zahl und wo sich dann alle drüber lustig machen. Das kann damit auch überwunden werden. Da sind wir noch nicht so weit. Wir brauchen jetzt erstmal die Etablierung von SORMAS Exchange, dass möglichst viele, am besten alle Gesundheitsämter, das bei sich installieren und dann natürlich auch nutzen. Und dann kann man die nächste Stufe ausbauen. Und das führt dann auch auf den vorhergehenden Vortrag. Wir haben ja, wenn ganz, ganz viele Leute testen, natürlich auch ganz, ganz viele Laborergebnisse. Und im dritten Bevölkerungsschutzgesetz vom letzten November wurde ja eingeführt, dass auch diese Schnelltests meldepflichtig sind. Das bedeutet, das muss man sich durchaus gut überlegen, wie man damit eigentlich dann umgeht, wenn Tests, die von Laien durchgeführt sind, wenn die als meldepflichtig gelten und wie das überhaupt sanktioniert wird und wie das sozusagen verifiziert wird, dass dieser Test dann auch valide ist. Deswegen gibt es ja Überlegungen, dass positive Nachweise von Schnelltests, dass die dann durch eine PCR in einem zertifizierten Labor validiert werden und dann entsprechend die Nachbearbeitung erfolgt. Aber diese Prozesse sind auch noch nicht so richtig hundertprozentig etabliert in Deutschland. Und da kann SORMAS auch mit beitragen, weil wir mit SORMAS ja nicht nur für die Gesundheitsämter ein System haben, sondern über das Symptomtagebuch, das wir entwickelt haben, auch eine Zugangsmöglichkeit oder eine Beitragsmöglichkeit, sollte ich sagen, für Kontaktpersonen oder für Fallpersonen. Menschen können sich eine App herunterladen. Das ist freiwillig. Sie müssen eine entsprechende Einverständniserklärung abgeben nach DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung. Und dann geben Sie in dieser App die Daten ein, die relevant sind. Sie werden von der App auch regelmäßig erinnert. Haben Sie heute Symptome zum Beispiel. Und dann geben Sie diese Information ein und diese Information wird dann übertragen in das SORMAS-System des Gesundheitsamtes, so dass das Personal vom Gesundheitsamt nicht jeden Tag da anrufen muss. Und so könnte dann eben auch diese Meldung, von der ich gerade sprach, die könnte dann auf diesem Weg eigentlich dann auch erfolgen. Technisch haben wir die Infrastruktur dafür verfügbar und datenschutzrechtlich ist sie auch durchgeprüft. Wir müssten diesen Anwendungsfall noch dazu erklären, im Datenschutzkonzept ergänzen. Aber die Infrastruktur und die Konzeption ist vorhanden. Das wäre so die Vision. Und ich habe jetzt sehr viel geredet, deswegen würde ich jetzt lieber mal aufhören und Ihnen mehr Zeit geben, dann Fragen zu stellen. Dankeschön. Herr Dr. Krause, herzlichen Dank. Und ich glaube, Sie haben im letzten Abschnitt Ihrer Ausführungen ganz deutlich gemacht, wie beide Dinge zusammenhängen. Das eine ist, Infektionen erkennen und zwar sehr schnell und zwar sehr individuell. Und das andere ist, Infektionsketten nachvollziehen. Und dadurch dann auch das Virus besser verstehen. Weil Wissenschaftler sagen uns ja immer noch, wir befinden uns eigentlich in einem Blindflug, was die Erkenntnisse über das Virus anbelangt. Und wir wissen immer noch nichts, genau wo die eigentlichen Infektionsherde sind. Die Forderung nach Kohortenstudien will ich jetzt hier gar nicht großartig ausformulieren. Uns geht es jetzt hier heute in der Debatte darum, wie kriegen wir eine Perspektive aus dieser Pandemie heraus. Und SORMAS wäre eine Möglichkeit durch Vernetzung, und das mache ich jetzt mal als Ulmerin, zwischen Ulm und Neu-Ulm fließt die Donau und das ist brutal tief, weil das ist eine Ländergrenze. Und wenn jemand in Ulm arbeitet und in Neu-Ulm lebt oder umgekehrt, wissen die Gesundheitsämter nichts voneinander, wenn da ein Fall auftritt. Und so etwas in unserer Zeit ist ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt einige Wortmeldungen. Ich würde ganz gerne eine quotierte Frageliste aufrufen. Das gelingt mir nicht, weil ich hier ausschließlich Fragen von Männern habe. Ich fordere also auf, ganz freundlich, sich auch als weibliche Zuhörerin, als Zuhörerin, Zuschauerin zu melden. So, und die erste Frage kommt von Florian. Welche Anzahl an Tests wäre da täglich denkbar? Das ist also was auch an die Praktikabilität. Und ich würde jetzt mal sagen, Frau Pfefferkorn, vielleicht übernehmen Sie das, weil die Hochrechnung, wir haben 80 Millionen ungefähr an Einwohnerinnen. Österreich macht es mit 8 Millionen, testen die jetzt gerade zweimal pro Woche Schulkinder zumindest und sehen das als Strategie an. Welche Vorstellungen haben Sie? Also was man zu dem ganzen Prinzip sagen muss, es hört sich jetzt natürlich krass an, wenn man sagt, 80 Millionen Menschen sollen sich zweimal die Woche testen. Das ist in dem ganzen Konzept überhaupt nicht nötig, weil die Berechnungen ergeben, dass tatsächlich es völlig ausreichend ist, wenn die Hälfte der Leute mitmachen würde. Also da sind wir schon bei 40 Millionen und es reicht auch locker aus, wenn das nur zweimal die Woche getestet wird. also bräuchte man dann im Prinzip 40 Millionen mal zwei, also 80 Millionen Tests pro Woche, wenn man das jetzt mal ganz Pi mal Daumen macht. Und der Fall ist der, also es gibt beispielsweise eine Firma, die ist eine deutsche Firma, die produziert auch meines Wissens in Deutschland. Alleine diese eine deutsche Firma, die einen sehr hochwertigen Test vertreibt, kann pro Monat 80 Millionen schaffen und das ist nur eine Firma. Es gibt auf der BFARM-Liste, wenn man die sich anguckt, gibt es an die 300 Einträge. Von diesen Tests sind mittlerweile mindestens 20 Stück nochmal durch das Pi überprüft worden. Viele von denen wären prinzipiell auch denkbar als Nasenabstrich, also diese einfache Variante. Also wenn man den Willen hat, bin ich mir sehr sicher, dass man sogar bis dahin kommen könnte, wenn es dann überhaupt nötig wäre, dann noch, dass man das über einen gewissen Zeitraum in zum Beispiel Hochinzidenzgebieten macht. Beispielsweise haben wir immer noch Regionen, wo wir Inzidenzen von 300 bis 400 hat, dann könnte man wirklich dort in den Gegenden sagen, zusätzlich zu den Maßnahmen, die wir jetzt beispielsweise im Lockdown haben, machen wir noch, verteilen wir einfach strategisch solche Tests und sagen den Leuten, bitte aktiv euch jetzt zweimal die Woche testen für x Wochen und dann würde man da durchaus einen guten Effekt sehen. Also man muss es nicht gleich denken, dass ganz Deutschland jetzt jeden Tag sich testet, sondern man sollte das schon strategisch schauen, beispielsweise eben in Hotspots. Für Schulen sind wir uns sehr sicher, dass die Tests eigentlich jetzt auch in Deutschland, wenn man das strukturiert angeht, auch schon reichen würden. Und vom Ablauf her, wenn Sie das einfach nochmal beschreiben könnten, weil das ist eine Frage auch im Chat. Wie so ein Test abläuft? Also es ist im Prinzip ziemlich einfach. Es ist auf Basis, jeder kennt wahrscheinlich einen Schwangerschaftstest, das ist das gleiche Prinzip, ist so ein Teststreifen, der entweder in einer Plastik, meistens in so einer Plastikkassette verarbeitet ist. Das sind auch alles Materialien, die nicht wirklich limitiert verfügbar sind, also im Gegensatz zur PCR zum Beispiel, da wird ja alles knapp momentan. und man macht einen Nasenabstrich mit so einer Art Watte-Tupfer im vorderen Nasenbereich, das sieht wirklich aus wie ein bisschen Nasebohren, ist auch überhaupt nicht schmerzhaft, dann taucht man dieses Stäbchen in eine Reaktionsflüssigkeit, die da mitgeliefert wird, bringt das sozusagen darin aus und diese Flüssigkeit tropft man dann auf dem Test und der zeigt dann innerhalb von 15 Minuten, also dann muss man eigentlich nur noch warten, diese ganze Prozedur, wenn man die mehrfach hintereinander mal gemacht hat, dauert nicht mehr als ein, zwei Minuten, dann legt man den Test meinetwegen morgens, wenn ich meine Bad-Morgen-Routine mache zur Seite, schaut nach 15 Minuten wieder drauf und dann erscheint dann entweder ein Strich, das bedeutet, dass der Test ordnungsgemäß durchgeführt wurde und wenn er zwei Striche anzeigt, sollte ich als nächstes zum Telefon greifen und meinen Hausarzt anrufen oder mir eine PCR zum Beispiel organisieren, beziehungsweise das Wichtigste in dem Fall ist eigentlich, dass ich das Haus nicht mehr verlasse, weil dann sagt der Test hier potenziell Gefahr, du bist ansteckend momentan, weil dieser Test zeigt uns eben besonders in der Zeit, wo die Personen hoch ansteckend sind an, dass das Virus vorhanden ist. Genau, so funktioniert das im Prinzip. Und da ist gleich die nächste Frage, die nämlich in puncto ÖGD, also Gesundheitsdienst und Föderalismus nachfragt, ob uns der Föderalismus da nicht im Weg steht, denn wenn man diesen positiven Test hat, könnte man ja auch das Gesundheitsamt direkt anrufen und das Gesundheitsamt könnte sagen, bitteschön, das ist der Vorgang, kommen Sie zum PCR-Test. Herr Krause. Das wäre so ein Modell, das wäre so ein Prozess, den man sich dann vorstellen könnte. Man könnte sagen, also man könnte sogar das kombinieren, man könnte sagen, mit dem Vertrieb dieses Tests wird gleich auch so ein Flyer verteilt, wo die runter Download-Instruktionen für die App sind und dann könnten die Leute dann gleich dabei, also über so ein Barcode oder so was oder QR-Code und dann könnten die Leute, wenn sie mögen, das auf dem Weg machen. Man kann sie natürlich nicht zwingen, das zu nutzen, aber dann können sie es auch, wenn sie es nicht nutzen wollen, machen es dann eben dann doch per Telefon oder was, aber zumindest hat man dann auf diesem Weg eine strukturierte Situation. Ich bin sogar schon am überlegen, ob man das nicht noch weiter verfeinert, dass man die Tests so baut, also so konstruiert, dass das Ergebnis automatisiert eingelesen wird und digital sozusagen eingelesen wird, sodass Ablesefehler auch vermieden werden. Ich glaube, ich hatte mal gesehen, dass es solche Apps wohl für die Antikörpertests mal gab, ich habe das aber nicht weiter verfolgt, wo das sozusagen sogar genau um die Fehler zu vermeiden. Ganz technisch ganz unmöglich ist es nicht, es macht halt dann nur die Komplikation, dass man da wieder Standards setzen muss und dass dann bestimmte Produkte vielleicht nicht so zum Tragen kommen und so weiter. Das ist sicher Zukunftsmusik von dem Stand, wo wir herkommen, dass manche noch im Gesundheitsamt mit Faxgerät arbeiten und Telefon, ist das sicherlich eine Zukunftsaufgabe und ich habe jetzt hier eine Wortmeldung von Sascha. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Ich habe eine Frage an Herrn Krause oder eigentlich sind es sogar zwei. Mich würde interessieren, wie bekannt das SOMAS-System mittlerweile bei den Gesundheitsämtern ist, bei den Verantwortlichen der Gesundheitsämter und die zweite Frage ist, wie lange würde es dauern, wenn sich ein Gesundheitsamt entscheidet, das System einzuführen, bis es dann auch wirklich betriebsbereit ist? Danke schon mal. Bitte. Ich glaube, es gibt jetzt kein Gesundheitsamt, das nicht schon irgendwie von SOMAS gehört hat. Die haben alle von uns jetzt ungefragt inzwischen ein Informationspaket zugeschickt bekommen mit den vorbereiteten Auftragsverarbeitungsverträgen. Das ist nun mal gesetzmäßig so vorgesehen, dass das System erst gestartet werden kann, wenn ein entsprechender Vertragswerk unterzeichnet ist. Das liegt jetzt allen Gesundheitsämtern vor und sobald sie uns die unterschriebene Version zurückgeschickt haben, kann die Installation innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden erfolgen. Dann ist die Infrastruktur da. Man muss dazu sagen, das hatte ich nicht erwähnt, der Betrieb ist auf den Rechnern des ITZ-Bund, des Informationstechnikzentrum des Bundes. Es wird also alles zentral betrieben und gewartet, sodass auch für die IT-Beauftragten der Gesundheitsämter praktisch kein Mehraufwand entsteht. Und dann parallel dazu würden die bei uns die Schulung dann machen, die wir online machen. Da muss man also nirgendwo hinreißen. Das funktioniert sehr gut. Das ist ein mehrstufiges Schulungsverfahren und das dauert zweimal zwei Stunden und dann kann der Betrieb losgehen. Also das geht innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Eine Schwierigkeit, eine Herausforderung ist doch noch da, muss ich erwähnen. Die Gesundheitsämter, die jetzt schon SORMAS verwendet haben und die das jetzt mit den Schnittstellen einsetzen, die müssen den Datenbestand, den sie schon in SORMAS haben, mit dem Datenbestand des anderen Systems verknüpfen. Das sind nicht so viele Gesundheitsämter, bei denen das zutrifft und das ist eine einmalige Aktion, die durchaus anspruchsvoll ist, aber für alle anderen Gesundheitsämter entfällt dieser Aufwand. Vielen Dank. Und jetzt hätte ich hier eine Wortmeldung von Frau Knorr-Köning. Ja, vielen Dank, liebe Hilde. Ach, wir kennen uns. Wir kennen uns schon. Ich finde es ganz spannend und ich möchte noch mal aus einer weniger technischen Perspektive eine Frage stellen und zwar habe ich so den Eindruck, dass sich viele eben auch sehr ohnmächtig fühlen anhand der Situation. Was glaubt ihr denn, das würde ja durchaus auch eine gewisse Handlungsfähigkeit und ja, dass man seinen Beitrag dazu leisten kann. Was glaubt ihr denn, was da die Auswirkungen auf die Gesellschaft wären? Gibt es da auch Erkenntnisse? Das würde mich interessieren. Wer möchte antworten? Ging das jetzt an die Schnelltage? Wir können auch irgendwie mal so zwei, drei Sachen zusammennehmen, dass man nicht immer nur so Ping-Pong spielt, sondern mal so drei Fragen zusammenbindet. Und wenn wir dann feststellen, das funktioniert nicht so gut, machen wir es wieder anders. Okay, gut. Dann hätte ich jetzt hier von Mario Frey-Ritter noch eine Wortmeldung zum QR-Code und er fragt, ist das in Deutschland möglich, wie zum Beispiel in Südkorea? Und dann hätte ich hier noch eine Wortmeldung von der Julia Nickel. Bitte. Ich dachte, es soll jetzt erst mal die Frage zum QR-Code beantwortet werden. Da würde ich... Wir hatten jetzt mal so drei gedacht zusammen. Bitte. Okay. Ich bin große Freundin des Schnelltestverfahrens. Ist die Sprachqualität gut genug? Sonst... Ja? Ja. Alles klar. Sonst gut. Also ich bin große Verfechterin und ich bin außerdem Lehrerin an einem Gymnasium hier in Berlin, Neukölln. und bei uns ist das gerade sehr schwer in der... in der Mache wohl schon, dass Schnelltests an Schulen kommen sollen. Was aber keiner von uns weiß, ist, wie genau das umgesetzt werden soll. So ganz proaktiv habe ich mit meinem Partner zusammen da schon mal ein Konzept entwickelt, aber wir sind bisher erst mal gegen die bürokratische Wand gelaufen, möchte ich sagen. Das heißt, es gibt da nicht so viel Interesse, sich damit zu beschäftigen. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von Ihnen vielleicht weiß, ob es da andere Konzepte schon gibt. Vielen Dank. Falls das nicht der Fall ist, würde ich auch sehr gerne was zu diesem Konzept sagen. Ich glaube, Schnelltests an Schulen können ein Türöffner sein für eine gesamtgesellschaftliche Umsetzung. Dankeschön, auch für den Hinweis. Wer möchte beginnen? Frau Pfefferkorn? Ich würde gerne zu der ersten Frage ein... Also es ging um... Oder das bezog sich auf Schnelltests zum Beispiel, Handlungsfähigkeit. Das ist nämlich genau der Punkt, der für mich auch so eine wahnsinnige Rolle spielt. Wir sitzen sozusagen seit gefühlt einem Jahr sollen wir zu Hause auf unserer Couch sitzen. Da gab es ja sogar diesen Werbespot. Und sind sozusagen auf das Warten verdammt. Und mit diesem Schnelltest gibt man den Leuten ja wirklich aktiv etwas in die Hand, wo sie aktiv ihren Beitrag leisten können. Und wir ja noch mal zusätzlich zu den Maßnahmen, die wir sowieso haben, aktiv die Leute rausfischen können. Und mit einer großen Kampagne dazu, sozusagen take the test oder wie auch immer man das machen würde, kann man doch, glaube ich, die Leute wirklich aktiv da motivieren, das zu tun, weil es ja was viel Zielgerichteteres auch ist. Ich komme nicht mit dem großen Holzhammer und sperre sozusagen alle Leute in Anführungszeichen jetzt ein, weil sie potenziell infektiös durch die Gegend laufen können, sondern ich filtere aktiv die Leute zusätzlich eben raus, die jetzt tatsächlich viel Virus in sich tragen. Und ich glaube schon, dass wir da, wenn man das gut kommuniziert und gut macht, die Leute da garantiert bereit wären, mitzumachen. Und selbst wenn sie, das muss man natürlich immer noch damit bedenken, es dann vielleicht doch nicht ans Gesundheitsamt melden wollen, aus diversen Gründen, das ist dann freigestellt, also plädiere ich zumindest dafür, wenn ich so einen Test mache, um jemand anderes ja zu schützen, dann denke ich, verhalte ich, selbst wenn ich mich nicht komplett isolieren kann aus diversen Gründen oder möchte, dann verhalte ich mich garantiert aber viel, viel zurückhaltender und trage vielleicht besonders zuverlässig noch meine Maske oder begebe mich eben nicht in größere Menschenmengen in diesen Tagen, wo ich weiß, dass dieser Test jetzt noch positiv anzeigt. Aber das geht halt nur, wenn man die zu Hause hat, niederschwellig, die nichts kosten oder ganz wenig kosten, dann erreicht man nämlich auch die Leute, die sich sozusagen gerade gar nicht ins System trauen und vielleicht sogar verheimlichen, dass sie potenziell infektiös sein könnten, weil das wird ganz oft, glaube ich, vergessen. Deswegen, ja, ich glaube, es wird funktionieren. Könnten Sie auch was zu den Schultests sagen, wie man das ganz praktisch anwenden kann und wie das ablaufen soll? Also in Berlin, glaube ich, die planen Selbsttests, freiwilliges Selbsttest meines Wissens. Das hatte ich im Tagesspiegel gelesen. Das ist natürlich eine andere Debatte, verpflichtend oder Selbsttest. Klar erreicht man mit verpflichtend natürlich deutlich mehr. Das muss man aber dann irgendwie überprüfen, was es natürlich wieder logistisch viel, viel komplizierter macht. Österreich macht das gerade mit beaufsichtigten Tests sozusagen. Das wäre eventuell eine Variante, wenn man es wirklich verpflichtend machen würde. Ansonsten bin ich ein absoluter Verfechter von die Leute mündig machen und die gut aufklären, dass es uns allen was bringt. Aber mein Kenntnisstand ist, dass es wohl in Richtung Selbsttestung gehen soll in Berlin. In Österreich sollen die Schülerinnen und Schüler ja zweimal pro Woche getestet werden beziehungsweise sich selber testen. Die machen das aber in der Schule in Österreich. Ja, die machen das in der Schule. Zum QR-Code, Herr Krause. Südkorea war das Stichwort. Ich habe, aber ich kann die Frage nicht gut einordnen. Ich rede sie schon die ganze Zeit. Vielleicht meldet sich derjenige, der gefragt hat, das war der Mario Freiritter und kann das nochmal dezidierter vorstellen. Ja, hallo an die Runde. Also, was ich weiß, also meine Frau ist aus Vietnam, aber ich weiß aus Südkorea, dass die einen QR-Code in ihrer App haben und mit dieser App tun sie zum Beispiel, wenn sie irgendwo hingehen, sich einscannen. Einscannen, praktisch so eine Art Ich war hier und diese Überwachung findet also nicht wie bei uns mit einer Unterschrift statt, wenn ich einen Kaffee trinken gehe, was ja witzig ist. Erstmal Datensicherheit, jeder, der danach einen Kaffee trinkt, der hat den Zettel da liegen und das funktioniert dort alles so mit dem QR-Code, dass das alles praktisch sehr schnell auch sichtbar ist, wer praktisch jetzt gerade hier wo war und so kann man natürlich auch gewisse Krankheiten, also auch den Virus, sehr schnell dann nachverfolgen. Das mal ganz kurz noch von der Seite QR-Code. Warum können wir den hier nicht? Ich meine, wir haben diesen Corona-App, die fast nie funktioniert. Warum kann man das mit diesem einfachen QR-Code nicht einfach dokumentieren? Vielen Dank. Herr Krause. Jetzt verstehe ich den Kontext. Es geht also hier darum, wenn man an bestimmten Orten ist, Gaststätten oder Veranstaltungen oder so, dass man hinterlegt, dass man von Zeit X bis Y dort war, sodass wenn im Nachhinein eine Person sich als positiv herausstellt, die dann auch dort war, dass dann alle anderen, die gleichzeitig dort waren, entsprechend gewarnt werden können, dass sie exponiert waren. Und tatsächlich, diese Zettelwirtschaft, die jetzt da so ist, das ist tatsächlich auch datenschutzmäßig höchst problematisch. Noch problematischer oder genauso problematisch, finde ich, also als man noch rausgehen konnte, sozusagen, irgendwann im September war ich mal in Berlin, da war ich innerhalb von zwei Tagen an drei Orten, wo man verzehren konnte und jedes Mal wurde ich mit einer anderen App belästigt, die mir irgendwie entweder Lederstiefel oder Autos mitverkaufen wollte. Das war auch nicht so erquicklich. Also da wäre natürlich wünschenswert, dass man da irgendwie ein einheitliches Verfahren finden würde und damit man das nicht alles eintippen muss, dass man das dann als QR-Code einliest, das ist sicherlich ein eleganter Ansatz. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich unmöglich ist hier, wobei, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da schon auch Datenschutzthemen, die dagegen sprechen. Ich habe jetzt Wortmeldungen von der INA und nochmal von der Zaya. Bitte. Ja, hallo. Ich bin INA. Ich wollte mal sagen, ich finde das mit den Schnelltests eine gute Idee, allerdings setzt das ja auch eine Ehrlichkeit der Personen voraus. Und da habe ich so meine Bedenken manchmal, gerade wenn es geknüpft ist, an zum Beispiel einen Konzertbesuch oder ich möchte auf eine Veranstaltung gehen, wie ehrlich sind die Menschen? Oder auch der Druck vom Arbeitgeber, wenn es mir gut geht und ich habe nichts und ich mache den Test, ich bin positiv, aber vom Chef kommt ja nicht mehr fehlen oder du hast schon so oft und so weiter. Ist da in dieser Berechnung die gewisse Unehrlichkeit einiger Menschen, bestimmt nicht aller Menschen, ist das nur mit eingerechnet? Wie funktioniert das? Bei welcher Abweichung noch wirklich zuverlässig? Saya? Ist sie noch drin? Nein, das ist nicht mehr aktuell. Danke. Okay, dann habe ich jetzt hier noch eine zusätzliche Frage. Ja, wie ist denn das? Selbsttest oder Eigentest vor großen Veranstaltungen? Ist das irgendwie denkbar, dass sich jeder testen muss, dann in lokal reingehen darf, nach 15 Minuten oder eine Veranstaltung besuchen kann, irgendwo eine kleine Theaterbühne besuchen kann oder sonst irgendwas? Wenn diese Schnelltests, die ja nicht so sicher sind wie die PCR-Tests, angewandt werden, würde dann die Öffnung von Kulturveranstaltungen, die Öffnung von Gaststätten wieder besser funktionieren? Wie muss man sich das vorstellen? Sollte ich da etwas sagen? Also ich könnte da, wir haben prinzipiell, das haben wir jetzt in der Ausführlichkeit nicht vorgestellt, ein Pyramidenkonzept. Und wir haben praktisch nur die Basis der Pyramide vorgestellt. Ein freitflächiges Testen und an den AHA-Regeln und an dem Leben, wie wir es sonst hören, würde sich erst mal nichts ändern. Bei niedrigeren Inzidenzen, die wir dann ja damit auch irgendwann hoffen zu erreichen, kommen wir dann in so einen den nächsten Schritt der Pyramide und das ist das, was wir so als Türöffner-Test bezeichnen. Also damit, ja, der Name beschreibt eigentlich genau das, dass wenn eine Veranstaltung ansteht, würde dann halt ein Test zusätzlich, eine zusätzliche Sicherheit bieten oder würde er es nicht tun? Und da sind wir schon der Meinung, dass ein zusätzlicher Test zu einer Veranstaltung, die sowieso stattfinden würde, ja, also es ist wichtig, dass man da unterscheidet. Also man gibt nicht etwas frei mit einem Test, sondern eine Veranstaltung, die aufgrund von niedrigen Zahlen sowieso stattfinden könnte, könnte durch einen Test erheblich aufgewertet werden, also sicherer gestaltet werden. Denn auch wenn Sie das richtig sagen, so die Sensitivität ist dann natürlich nicht so hoch wie die PCR. Ja, wir weisen aber doch neun von zehn infektiösen Personen oder bei neun von zehn Personen weisen wir nach, dass sie infektiös sind in dem Fall. Und ja, jetzt ist halt eine grobe Berechnung, ich habe jetzt ein Konzert mit 10.000 Personen und wir haben eine ganz richtige Inzidenz und da würden sich vielleicht zehn Infizierte sonst da vorstellen und an diesem Konzert teilnehmen, dann hätten wir eine hohe Sicherheit oder wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir die allermeisten davon rausfischen würden, halt sehr hoch. Ob das dann bei 90 Prozent, bei 80, das muss man dann sehen, aber auf jeden Fall wäre das eine zusätzliche Maßnahme, die dann irgendwann auch solche großen Veranstaltungen sicherer machen könnten. Was ich da noch ergänze, das hört sich, also das wäre natürlich logistisch, ist das natürlich ein Wahnsinn, 10.000 Leute da vor Ort zu testen. Das könnte man, sollte man dann natürlich schon den Leuten kommunizieren, dass eben beispielsweise ein Test als Selbsttest total sinnvoll ist, um dann auch zum Beispiel seine Familien zu schützen. Wenn ich beispielsweise den Test nicht nur vor der Veranstaltung mache, sondern beispielsweise im Nachgang, ich war jetzt auf dem 10.000 Leute Konzert und gehe, damit ich meine eigene Familie sozusagen schütze oder meine Arbeitskollegen und so weiter, teste ich mich, falls es sozusagen doch auf der Veranstaltung irgendwie schiefgegangen ist, teste ich mich eben die komplette anschließende Woche alle zwei Tage mit so einem Selbsttest, um dann halt sicherzugehen, dass alles glatt gelaufen ist sozusagen. Das wäre auch noch eine Option. Der Herr Krause hat gewunken. Ich muss mich leider dringend entschuldigen. Ich muss in eine andere Veranstaltung. Tut mir leid. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Krause, für Ihre Zeit, die Sie uns gewidmet haben. Ich glaube, es ist angekommen, wofür Sie werben und ich glaube, unsere gemeinsame Ungeduld ist dadurch nicht besser geworden. Aber ich glaube, unsere politische Zielrichtung, da beim ÖGD wirklich einiges hinzukriegen, muss da Fahrt aufnehmen und wir sind dafür. Dankeschön. Ich will einfach noch mal ein Stück weit jetzt an der Stelle vielleicht zu unserem Thema noch mal so das Bündeln, weil ich ein bisschen den Eindruck habe, jetzt gerade vielleicht korrigieren Sie mich, korrigiert mich, dass das so ein bisschen zerfasert. Ich glaube, wir müssen uns noch mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie kriegen wir es hin in der Situation, wo wir fast zwölf Monate mit der Pandemie konfrontiert sind und von Shutdown quasi zu Shutdown oder von Woche zu Woche mit Abstandsregelungen konfrontiert sind, mit Quarantäne konfrontiert sind, mit Kontaktbeschränkungen konfrontiert sind. Wie kriegen wir in dieser Zeit der Pandemie eine Perspektive hin, die neben der Impfstrategie, neben den AHA-Regeln so einen Ausblick bieten, dass wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Und ich glaube, ein Punkt hatte Herr Krause sehr klar auch benannt, ist die Fähigkeit der Gesundheitsämter nicht als Verwaltungsbehörde zu fungieren, sondern als wichtiger Baustein in einem Public Health Ansatz, wo es vernetzt wird, wo auch ausgewertet wird, wo klar ist, dass die Hürden nicht hoch sind, sondern die Bevölkerung Ansprechpartner hat. Der zweite Punkt ist, mit den Eigentests in die Debatte zu gehen und zu sagen, hey, wir brauchen die Eigenverantwortung der Bevölkerung und wir wollen nicht auf den Impftermin im Mai 2021 warten, sondern wir wollen jetzt ansetzen, dass wir im Prinzip in den Regionen eine Option haben, wieder auf ein in Anführungszeichen normales Leben. Das würde ich jetzt ganz gerne nochmal zusammenbringen und dann auch die Kostenfrage nochmal ansprechen. Frau Pfefferkorn, Sie haben es in Ihrem Eingangsstatement gesagt, so ein Test kostet ein Euro in der Herstellung. Apotheker lassen sich schon vernehmen, dass sie zehn Euro haben wollen. Ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt an dem Punkt wirklich auch die Möglichkeit für die gesamte Bevölkerung zu schaffen und zwar ohne, dass jemand finanziell belastet ist. Wenn wir auf diesen Aspekt bitte nochmal kommen könnten, abschließend, wäre ich sehr dankbar. Also da bin ich absolut genau auch Ihrer Meinung. Dieses Public Health Screening sozusagen Konzept funktioniert, nur wenn die Leute nicht noch für den Test, mit dem sie jemand anders schützen, bezahlen müssen. Ich habe das selber gesehen. Ich hatte das Glück, weil wir medizinisches Personal im Hause haben, wo auch Risikogruppen wohnen, dass wir zu Weihnachten uns natürlich mit Schnelltests eingedeckt haben. Dafür habe ich pro Packung damals noch 250 Euro mit 25 Tests bezahlt. Und um da, also wir haben das wirklich so gemacht, wir haben das kombiniert mit Vorkarantäne und eben zusätzlich noch diesen Tests und haben auch die Leute, die halt sich nicht komplett die Tage vorher isolieren konnten, sondern dann trotzdem mit FFP-Maske rausgegangen sind, haben wir wirklich täglich die drei Tage, die die vor Ort waren, meine Eltern waren das, täglich getestet. Und da kann man sich jetzt mal ausrechnen, wie viel wir alleine und Tests für Weihnachten ausgegeben haben. Und wir konnten uns das halt leisten, weil wir zum einen an die Tests schon rangekommen sind und die finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Und das ist gerade in den Bereichen natürlich, wo es so wichtig wäre, wo die Leute eben auch vielleicht in etwas in beengteren Wohnverhältnissen sind oder einfach jeden Tag im öffentlichen Verkehr fahren müssen, weil sie einfach auch kein Auto haben beispielsweise. Genau da müssen wir ja auch hin, weil dort einfach noch viele Infektionen passieren und die Leute haben nicht die Möglichkeit, sich so einen Test für 10 Euro, den kann ich doch nicht alle zwei Tage oder drei Tage dann machen, kaufen. Also die müssen meiner Meinung nach am besten in meinem Briefkasten landen mit einem Zettel, wie das anzuwenden ist und ich muss dafür nichts bezahlen müssen. Und idealerweise muss ich vielleicht auch nicht mal in die Apotheke, aber kann natürlich vielleicht irgendwo hin mich natürlich wenden, wenn ich Fragen zum Umgang habe. Vielen Dank, dass Sie das nochmal so betont haben und jetzt habe ich eine Wortmeldung offensichtlich übersehen von Johannes. Ich habe da was angemerkt und zwar man müssen ja wahrscheinlich verschiedene Bereiche unterscheiden, ob man es jetzt im privaten Sektor oder den öffentlichen Sektor oder eben die Arbeitswelt und ich glaube am zwingenden und am was die wenigsten Kostenfallen aufbietet, wäre die Arbeitswelt. Wenn man dort einführen würde, über diese Covid-19-Arbeitsschutzverordnung verpflichtend zu machen für die Betriebe, eine Gefährdungsbeurteilung dazu zu machen, wo dann auch festgelegt ist, wie Selbsttests dann erfolgen sollen und die müssen meiner Meinung nach im Vier-Augen-Prinzip erfolgen, weil zum einen hat es Auswirkungen gegebenenfalls leistungsrechtlich gegenüber der Berufslosenschaft, Arbeitsunfall, Berufskrankheitenrecht, auf der anderen Seite, dass die Meldekette funktioniert und dass man da auch zuverlässig dann Meldungen abgibt, halte ich es Vier-Augen-Prinzip für erforderlich und man hat ja in jedem Betrieb, wie die Arbeitsschutzverordnungen anwenden, hat man ja Ersthelfer oder Sonstiges etabliert, die man da anlernen können, diese Selbsttests dann sachgerecht durchzuführen, sodass man da in dem Bereich, was die Arbeitswelt anbelangt, relativ schnell das gut screenen könnte, denn die Probleme, die ich halt sehe, ist halt, dass dieser öffentliche Gesundheitsdienst, die Gesundheitsämter vor Ort, die werden ja vor allen Dingen Personalwerte gestellt über die Landkreise und das ist die schwächste Ebene der kommunalen Selbstverwaltung und da merkt man auch, dass dementsprechend ein Recruitment seit März letzten Jahres einfach nicht stattgefunden hat und dass die sich eigentlich nur über Wasser gehalten hatten, über Amtshilfe ersuchen bei anderen Behörden quasi zum Nulltarif, sodass man im Prinzip seinen eigenen Haushalt sauber hält, aber so kriegt man das nicht vernünftig aufgebaut und weder die Hardware noch die Software noch die Personalausstattung ist dann ausreichend, uns auch langfristig in dem Maße zu schützen. Ich selber bin da auch betroffen davon gewesen, mit meinem Sohn an der Schule, da hat nicht das Gesundheitsamt die Schule geschlossen, sondern die Schulbehörde und da war ein positiver Fall beim Lehrkörper und das sind Sachen, die dürfen nicht vorkommen und ich weiß auch nicht, wie man sowas hat schleifen lassen können ein ganzes Jahr und ich sehe uns da bei der dritten Welle äußerst schlecht aufgestellt und wenn man diese diese Schnelltests in der Arbeitswelt, so wie ich es beschrieben habe, einführen würde als Forderung, dann lässt sich das analog auch bei den Schulen umsetzen, weil auch dort die Kinder der Lehrkörper stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung und dann gibt es eben diese Schutzpflichten, die einzuhalten sind. Also ich ärgere mich darüber, ich bin selber Beschäftigter bei der Berufslosenschaft und ich habe manchmal am Tag, das Erste, was ich mache, sind 17 neue Fälle mit Covid aufzunehmen und es kotzt mich dann auch irgendwo an, dass man sieht, dass hier von der Politik nicht der Druck in der Richtung gemacht wird, denn man hat diese Arbeitsschutzverordnung vom 16.04. die hat der Hubertus Heider rausgehauen, die ist klasse, nur sie wird nicht umgesetzt. Wir sind schon im Vorfeld, im Nachhinein, kriegen wir das nicht gebacken, dass unsere Betriebe Gefährdungsbeurteilungen aufstellen und gerade jetzt bei Covid-19 ist das enorm erforderlich. Ich bin in zwei Arbeitssicherheitsausschüsse und ich weiß, was das bedeutet für eine Arbeit, aber das muss man verdammt noch mal machen, dass die Leute sich in den Betrieben nicht weiter erkranken und gegenseitig anstecken, denn da ist eine so hohe Dunkelziffer noch gegeben, wo ich echt nicht nachvollziehen kann, dass man das so laufen lassen kann. Jetzt noch die Schulen öffnen, wo das so weitergeht. Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Eva und würde die noch dran nehmen und würde dann darauf verweisen, dass im Chat einige Informationen noch gesammelt worden sind, die ich für wichtig halte und die man ja auch noch aufnehmen kann und die Frage, eine letzte im Chat ist die Frage, welcher Betrieb nimmt sich erstens die Zeit, wer übernimmt die Kosten im Technologiepark in Heilbronn werden keine Tests angeboten. Ich kann nur sagen, große Firmen wie SAP bieten Tests an für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daimler-Benz bietet Tests an für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das für die Betriebe kostengünstiger ist, genau das zu klären, ob jemand infektiös ist oder nicht, als wenn er im Betrieb ist, trotz Homeoffice und anderer ansteckt. Also es gibt viele Beispiele dafür, da kann ich schon die Antwort drauf geben. Und jetzt Eva. Danke, ich hätte eine Frage, die für mich noch ein bisschen in der Schwebe stand, die ganze Zeit, aber nicht klar beantwortet wurde, innerhalb vom Public-House-Ansatz, relativ allgemein gesprochen, sehe ich schon noch einen wichtigen Teil in der politischen Debatte, der mir oft fehlt, nämlich die Frage nach den edukativen Prozessen, also nicht nur sozusagen nach den medizinischen Möglichkeiten oder strukturellen Notwendigkeiten oder auch finanziellen Aspekten, sondern die Frage danach, inwiefern es auch wichtig ist, darüber zu sprechen und da kommt jetzt meine Frage her, ob und wenn ja wie die Pandemie noch länger geben könnte, also wir reden noch von dem zusätzlichen Ja gerade in der Kulturbranche, kann aber auch noch länger dauern, wo wir ständig, ob Impfung oder nicht, mit diesen Fragen konfrontiert werden und inwieweit es dann irgendwann eine demokratische Frage wird, dass wir die Anwendung von solchen Schnelltests etc. in unser Alltagsgeschehen auch edukativ einbauen, also dass es wie zur neuen Normalität wird, ein soziales Verhältnis zueinander aufzubauen, wo diese Reaktionen oder diese Anwendungen dafür sorgen, dass, ich sage jetzt mal, Corona-Leugner nicht mehr werden, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also inwiefern es zur demokratischen Debatte gehören sollte, dass diese Selbstverpflichtung, die einige in Frage stellen, die den selbsttätigen Umgang mit dieser Herausforderung auch zu einer Stärkung der Demokratie fördern könnte. Wunderbare Frage zum Schluss und ich würde sagen, Frau Pfefferkorn, Herr Botha, greifen Sie das doch auf und ich weiß, dass Sie mit Ihrem Public-Health-Ansatz genau in diese Richtung der Teilhabemöglichkeit und der Demokratiefestigung gehen, dass es nämlich wieder möglich ist, in der Tat sich auszutauschen, als soziales Leben zu, als Menschen soziales Leben zu haben und ein Miteinander zu haben. Bitte schön. Ja, ich glaube, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, waren ja wirklich so die technischen Punkte, wie ist das auslieferbar, wie funktioniert das und wie gut funktioniert das, aber die größte Arbeit, mit so einem Testkonzept ja noch gemacht werden muss, ist das vernünftig zu kommunizieren und es ist noch nicht genau die Frage, wie wollen wir durch die Pandemie kommen, wollen wir diese Welle über uns einfach schwappen lassen und gucken, wer dann am Ende weggespült wird oder versuchen wir uns aktiv dagegen zu stellen und Tests sind dann halt eine Möglichkeit, voraktiv zu werden, also selbst die Möglichkeit, das mitzugestalten und dieses Gefühl, das was Katrin jetzt auch schon gesagt hat, dieses Gefühl haben wir alle ja um Weihnachten herum gehabt, die halt testen konnten und ich war auch in der privilegierten Situation, dass ich testen konnte, wie viel Sicherheit das auch gibt und zwar nicht unabhängig von dem Testergebnis, aber dieses Gefühl, dass ich das mitgestalten kann, dass ich jetzt nicht irgendwie fremdbestimmt bin, sondern dass ich aktiv was dafür tun kann, meine Familie zu schützen und natürlich gibt es immer die Möglichkeit zu sagen, naja, die Kontakte sollen halt nicht stattfinden, aber so funktionieren wir Menschen offensichtlich nicht, also sonst wäre die Pandemie, würde sie ja nicht so lange halten, sonst hätten wir nach vier Wochen ja schon ausgetrocknet, wir sind auf Kontakte angewiesen und wenn wir aber die Chance bekommen, diese Kontakte, unsere Kontakte zu schützen und das ist ja der, also ich schütze ja nicht mich selbst mit dem Test, sondern ich schütze die, die mir wichtig sind und das ist, glaube ich, etwas, was wir noch sehr unterschätzen und das wir, glaube ich, noch sehr verstärken müssen in der Kommunikation und ich glaube, dann werden nämlich, was auch so an Fragen kam, ja, wie stellen wir denn sicher, dass dann wirklich 50 Prozent sich testen, wir können das nicht sicherstellen, aber ich glaube, wenn wir jetzt kommunizieren und sagen, so, ihr habt ihr etwas, dann müssen wir es auch nicht sicherstellen, weil ich bin da wirklich davon überzeugt, dass die Menschen das annehmen werden und das ist bislang in kleinen Studien auch schon untersucht worden, dass wenn man die Tests verteilt und diese Souveränität auch ein Stück weit zurückgibt, dass das sehr gut angenommen wird, dass die Motivation, sich selbst zu testen, dann auch steigt und ich glaube, dass wir vielleicht auch heute wieder auch zu sehr über die technischen Hintergründe sprechen und viel zu wenig, was können die das, was, ja, wie können wir, was tut das mit uns, was machen solche Tests mit uns, kann das nicht der positive Effekt sein, unabhängig von der Pandemie? Und das kann sich halt auch ausdehnen, also ich sehe das bei mir, ich habe jetzt so eine, ich habe ja eine soziale Bubble, sozusagen, auch über Weihnachten und ich habe den Leuten, denen ich es zugetraut habe, berichtet, dass es die Möglichkeit gibt, an Selbsttests, also an Tests zu kommen, ich habe denen gezeigt, wie das geht, ich habe sie aufgeklärt, wie sie damit umgehen sollen, ich habe das sozusagen von mir aus schon in mein soziales Netzwerk getragen und ich habe zum Beispiel meine Schwägerin, die muss halt ab und zu unseren Sohn babysitten, weil es einfach nicht anders geht, die arbeitet aber gleichzeitig in der Nachmittagsbetreuung, die testet sich jedes Mal, wenn sie bei uns reinkommt, jedes Mal zur Tür, weil das ist ein Kontakt, den müssen wir halt in Anspruch nehmen, also haben wir das eingerichtet, dass sie sich jedes Mal testet, am Anfang war das noch bei uns, vor der Haustür tatsächlich, jetzt hat sie die Tests zu Hause, also das ist im Prinzip, das verstärkt sich sozusagen und breitet sich, da gibt es halt Leute, die fangen damit an und dann denke ich schon, dass das sich ausbreiten wird von diesen Menschen aus und dann sozusagen so ein Selbstläufer ist, weil das einfach selbstverständlich wird. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, es ist angekommen, dass wir nicht nur über technische und Abläufe diskutieren wollen, sondern dass es auch darum geht, wie wollen wir denn in den nächsten Monaten unsere Gesellschaft zusammenhalten, wir wollen wir unsere demokratischen Rechte auch einfordern wieder, wie soll das funktionieren, wenn die Pandemie mit ihren mutierten Viren uns nach wie vor in Atem hält und das zu garantieren, dass wir trotz Pandemie, die wir nicht abknipsen können, trotz Pandemie wieder ein gesellschaftliches Leben führen können, zwar eingeschränkt, aber doch einigermaßen sicher, das ist das Ansinnen gewesen, das wir heute Abend ein Stück weit vermitteln wollten und ich finde, das muss diskutiert werden und wird mir im Moment viel zu leise diskutiert, alle anderen Maßnahmen sind restriktiv, sind Maßnahmen, die von Menschen viel abverlangen und Menschen isolieren, mit der Impfstrategie werden wir bis zum Spätsommer keine Sicherheit haben und wir wissen auch nicht, wie die Impfdosen oder das Impfen sich mit den mutierten Viren überhaupt bei mutierten Viren verhält, alles das, da sind wir nicht sicher und deswegen brauchen wir Mechanismen, die den Menschen wirklich eine Perspektive aufzeigen und ich bin überzeugt, dass wir das heute Abend diskutieren konnten. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden und rufe das dem Herrn Professor Krause auch noch mal zu. Herzlichen Dank und ich glaube, es lohnt sich an diesen Dingen weiterzudenken und vor allen Dingen lassen Sie uns unter Verteilungsfragen dieses Thema kostenlos wirklich immer wieder mittransportieren, weil 1,3 Billionen Euro, die uns die Pandemie bislang quasi gekostet hat und das dann bei Dingen wie Masken oder Selbsttest, Eigentest, wie die Österreicher sagen, Wohnzimmertest, irgendwie knausrig zu werden, wäre ein bisschen schwierig, glaube ich. Und von daher, ich wünsche noch einen schönen Abend, vielen Dank. Vergessen Sie das ISM nicht, das ist nämlich eine tolle Institution, da kann man sich immer einklinken. Vielen Dank.